Hallo und herzlich willkommen zum Blog nach der Kaffeepause. Es geht jetzt weiter mit Neuerungen im Geo-Server und dazu steht hier auf der Bühne Nils Bühner. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Nils Bühner mein Name. Ich werde jetzt über Neuerungen im Geo-Server sprechen. Im Grunde geht es dabei um die Neuerungen, die es im Laufe des letzten Jahres gegeben hat. Ein Kollege von mir hatte diesen Vortrag letztes Jahr auf der Vosges in Passau gehalten und ich habe da im Grunde dann einfach weitergemacht an der Stelle. Und vorweg, ich werde gleich ein paar Worte über mich erzählen, was ich so mache, wie ich mit dem Geo-Server zu tun habe. Dann werde ich ganz kurz erläutern, was der Geo-Server überhaupt ist. Ich werde mich da aber auch nicht sonderlich lange daran aufhalten und anschließend werde ich dann natürlich auf den eigentlichen Inhalt eingehen. Mein Name ist Nils Bühner. Ich bin gebürtiger Bonner. Das heißt, diese Konferenz ist im Grunde ein Heimspiel auch für mich. Ich habe Informatik studiert und arbeite jetzt seit ziemlich genau fünf Jahren als Entwickler bei der Firma Terrestris, auch hier in Bonn. Und habe hauptsächlich so im Bereich Java zu tun mit Entwicklungen, mit Spring, Hypernet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere damit vielleicht auch schon zu tun hatte. Aber auch JavaScript. Wir haben ein eigenes Framework, Shogun nennt sich das, wo ich ziemlich viel entwickelt habe. Und grundsätzlich habe ich natürlich in der täglichen Arbeit auch viel mit Web-Technologien zu tun. Und ich hatte auch gemeinsam mit einem anderen Arbeitskollegen vor zweieinhalb Jahren die Ehre, für eine Woche in London zu sein. Da gab es so einen Workshop, Geo-Server-Workshop, der da durchgeführt wurde von Kernentwicklern des Geo-Servers. Und da haben wir dann auch dieses schöne Zertifikat bekommen. Das ist aber, glaube ich, nur noch ein halbes Jahr gültig jetzt. Ja, die Firma Terrestris, für die ich hier arbeite, auch Goldsponsor, glaube ich, auf dieser Konferenz, kommt hier aus Bonn. Und ja, wir machen alles Mögliche in diesem klassischen IT-Bereich, sei es maßgeschneiderte Entwicklungen von WebGIS-Lösungen bis hin zu den klassischen Support- oder Schulungsgeschichten, Beratungen, Planungen und im vorvorletzten Vortrag. Mein inzwischen Chef Marc Jansen hatte diese Folie, glaube ich, auch schon. Das sind, glaube ich, alle Leute von Terrestris auf diesem Bild. Wir sind überschaubar groß, aber wir suchen auch immer wieder Leute, die bei uns einsteigen. Wir wachsen im Grunde und jeder, der da Interesse hat, kann sich gerne auch bei uns melden. Es gibt auch drüben einen Stand von uns im Geo-Zentrum, Geo-Daten-Zentrum. Ja, kommen wir zum Geo-Server. Der Geo-Server ist ein Java-basierter Web-Server für Geo-Daten, um das einfach ganz kurz zu sagen. Er unterstützt in erster Linie die Standards des OGC, das heißt WMS, WFS, WCS, WPS. Es ist aber auch möglich über Erweiterungen, also im Falle von WPS muss man das auch schon über eine Erweiterung letztendlich diese Funktionalität zu erweitern des Geo-Servers. Und ja, er ist sehr flexibel erweiterbar und auch sehr gut dokumentiert und wird auch immer häufiger oder auch schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Hier auf der linken Seite sieht man so ein Bild aus der Web-Oberfläche, um vielleicht davon mal einen Eindruck zu bekommen, falls man das noch nicht benutzt hat. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Dinge über diese Web-Oberfläche zu konfigurieren. Man kann sich Arbeitsbereiche anlegen, verschiedenste Datenquellen anlegen, aus denen man dann letztendlich Layer erzeugt, die dann als WMS-Dienste beispielsweise veröffentlicht werden können. Man hat hier aber auch direkt noch erweiterte Möglichkeiten hinsichtlich einfacher Dinge wie die Protokollierung oder auch bis hin zu komplexeren Sachen wie einem Caching. Und ja, es gibt einen Release-Zyklus beim Geo-Server, dass letztendlich alle zwei Monate, wenn ich mich nicht täusche, immer ein neues Release rauskommt. Und das Ganze ist so ein bisschen zweigeteilt in so ein Stable- und Maintenance-Branch, sage ich jetzt mal. Jetzt steht hier auf der Folie, dass die aktuelle Stable-Version 2.12.2 ist. Das ist seit gestern, glaube ich, nicht mehr gültig, weil gestern ist Version 2.13 rausgekommen, als aktuellste Stable-Version. Und man sieht das so ein bisschen, dieser grüne Bogen, das sind jetzt hier die Stable-Releases. Und nach der Version 2.8.2 beispielsweise war dann das nächste Stable-Release, die Version 2.9.0, wo dann auch in der Regel immer neue Features wirklich reinkommen. Und dieser Maintenance-Branch dient letztendlich dazu, um einfach noch Bugfixes dann auch da mit reinfließen zu lassen. Und hier nochmal ein anderes Bild, wo das vielleicht auch ein bisschen anschaulicher noch daraus hervorgeht. Ja, so viel zu dem Release-Zyklus. Wie ich schon sagte, ich werde mich jetzt auf die Änderungen fokussieren, die es seit Mai letzten Jahres gibt, beziehungsweise seit der letzten Foskis. Das erste Release nach der letzten Foskis war Version 2.11.1. Und im Grunde, bis hier steht wieder 2.12.2, gestern ist 2.13 rausgekommen. Ich habe aber auch auf der letzten Folie noch 2.13 als Release-Kandidat. Und im Grunde inhaltlich tut sich das an der Stelle dann auch nichts mehr. Ich habe mich auch nur auf die Stable-Releases fokussiert, weil das in der Regel die Releases sind, wo wirklich auch neue Features mit reinkommen. Und ich sage mal, Bugfixes gibt es da auch immer wieder, aber jetzt jeden kleinen Bugfix aufzulisten, ist vielleicht auch nicht so sinnvoll dann in der kurzen Zeit. Ja, und es gibt halt nicht nur den Geo-Server als solchen, sondern es gibt vor allem auch eine ganze Menge an Erweiterungen oder Plugins, wie man das auch immer nennen möchte, oder aber auch Community-Modulen. Der Unterschied an der Stelle besteht darin, es gibt offizielle Plugins quasi, die man sich installieren kann. Und es gibt aber auch noch sehr viele Community-Modules, die nicht offiziell unterstützt sind, die man sich aber auch installieren kann, wo man dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein muss, ob man sich da immer 100%ig drauf verlassen kann, wenn das auch wirklich alles funktioniert. Ja, die erste Version, die dann im Mai 2017 rausgekommen ist, ist die Version 2.11.1. Und da gibt es direkt am ersten Punkt hier dieses Sicherheitsfeature. Ich habe das selber irgendwann festgestellt im Laufe des letzten Jahres, dass ich im Rahmen irgendeiner Entwicklung mich da häufiger irgendwie mal anmeldete im Geo-Server. Und dann dauerte das auf einmal irgendwie drei Sekunden oder ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt nicht mehr, bis mir dann jetzt in Vorbereitung auf diese Folien klar wurde, dass das letztendlich so ein Sicherheitsfeature ist. Man kann jetzt nämlich einstellen, ja, um so einer Blut-Force-Attacke irgendwie vorzubeugen, dass, wenn da in zu kurzer Zeit zu oft versucht wird, sich einzuloggen, dass das dann halt einfach erstmal abgeblockt wird oder dass es ein bisschen länger dauert. Es gibt seit dieser Version ein neues Community-Modul, um Mapbox-Styling zu verwenden. Ich persönlich habe das noch nicht benutzt, aber das ist möglicherweise für den einen oder anderen auch interessant. Es ist weiterhin möglich, NetCDF als Output-Format zu nutzen im Rahmen von Git-Coverage. NetCDF ist so ein wissenschaftliches Austauschformat, so ein binäres Dateiformat. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie benutzt, aber vielleicht ist auch das interessant. Und dann gibt es, wie in jedem Release, immer noch die ganzen Bug-Fixes. Beispielsweise gab es ein Problem über die Restschnittstelle, die letztendlich das ermöglicht, auch den Geo-Server programmatisch zu konfigurieren, ohne die Web-Oberfläche. Beispielsweise dort war es offenbar nicht mehr möglich, einen Workspace anzulegen. Also durchaus eine grundlegende Sache auch. Ebenso gab es dann die Fixes im GWC, damit ist ja Geo-Web-Cache gemeint, oder in der Web-Oberfläche. Im Juli dann, zwei Monate später, Version 2.1.1.2. Ein sehr schönes Feature, wenn man sich so ein Legendenbild abruft, über WMS-Gate-Legend-Graphic, wird ja auch die Bounding-Box mitgeschickt. Und wenn man dann zusätzlich noch diesen Parameter Legend-Options-Count-Matched-True mitgeschickt, dann wird jetzt in das Legendenbild, in diesen Klammern hintendran, noch die Anzahl der in der angefragten Bounding-Box, also die Anzahl der Features, die in dieser Bounding-Box liegen, wird dann in der Legende direkt mit angezeigt. Das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache. Weiterhin ist es so, dass beispielsweise bei dem WMS-Gate-Feature-Info, wenn das Info-Format GML war, Geometrien jetzt auch reprojiziert werden. Das war vorher offenbar noch nicht der Fall. Und wieder eine ganze Menge Bug-Fixes. Ich habe hier immer noch diese, ja, nicht Release-Nodes, das waren dann immer aus dem Geo-Server-Blog. Im Grunde vielleicht sind es auch Release-Nodes in einer bestimmten Weise mit verlinkt. Wenn da jemand interessiert ist, nochmal draufzuschauen, kann er das machen. Die sind im Grunde auf jeder Folie. Ja, Version 2.12 im Oktober ist dann der Sprung gewesen von 2.11 auf 2.12. Da sind dann wieder eine ganze Menge wirklich neuer Features auch hinzugekommen. Deswegen gibt es jetzt zu der Version auch mehrere Folien. Zunächst einmal wurde das REST-Led-Framework ersetzt durch Spring MVC. Das ist vermutlich für die Leute, die das benutzen, macht das am Ende keinen Unterschied. Aus technischer Sicht war das sicherlich einiges an Arbeit für nötig. Und da auch der Geo-Server sonst im Grunde auf Spring basiert, ist das an der Stelle sicherlich auch ein sinnvoller Schritt gewesen. Weiterhin ist es so, dass Swagger als Dokumentation für die REST-API jetzt genutzt wird. Ich weiß jetzt nicht, also REST ist halt letztendlich ein Paradigma, das letztendlich eine Schnittstelle beschreibt, um die ganzen Entitäten des Geo-Servers, Datenquellen, Layer, Stile und so weiter, halt auch programmatisch über HTTP-Befehle konfigurieren und steuern zu können. Und ich hatte da heute Morgen nochmal auf den Link geklickt, da kam dann leider nicht viel, deswegen mache ich es jetzt auch nicht. Als ich die Folien gemacht habe, kam zum Glück etwas und im Grunde sieht man hier beispielsweise das Anlegen eines oder das Updaten eines Datastores über HTTP-PUT und hat dann auch direkt verschiedenste Informationen. An der Stelle, das ist sehr schön, weil man diese Swagger-Informationen auch nutzen kann, möglicherweise dann für andere Clients, wo man dann einfach nur so eine Adresse angibt, dann werden sich diese ganzen Informationen von hier rausgelesen und dann hat man da vielleicht sogar direkt eine Oberfläche, wo man irgendwie schon klicken kann und Dinge tun kann, die man natürlich auch in der Oberfläche machen kann, aber das ist einfach eine sehr schöne, sinnvolle Sache. Dann gibt es eine neue Datenquelle, Cascading-WMTS. Es gab vorher schon kaskadierende WMS-Dienste. Das ist im Grunde simpel. Wenn ich jetzt ein WMS oder inzwischen dann auch den WMTS kaskadierend einbinden will als Datenquelle in meinem Geo-Server, muss ich im Grunde nur die Quelle eines anderen WMS-Dienstes angeben und dann würde quasi der entfernte WMS-Dienst über meinen Geo-Server ausgeliefert werden. Also im Grunde wird der eigene Geo-Server dann zu einem Proxy für einen anderen Dienst. Und wie gesagt, für WMS gab es das vorher schon. Inzwischen ist das dann auch für WMTS möglich. Im Rahmen des Stylings gibt es neue Features fürs Labeling. Das sind dann Vendor-Options, das heißt, das sind Geo-Server-spezifische Möglichkeiten. Das hat dann nichts mehr mit dem Standard zu tun an der Stelle, aber wenn man den Geo-Server einsetzt, hat man halt auch die Möglichkeit, diese Features dann zu nutzen. Das sind triviale Dinge wie durchgestrichener Text oder Abstände zwischen Zeichen und Wörtern, aber halt auch gebogene Labels, die dann ganz gezielt an Polygonen-Grenzen entlanglaufen, auch mit noch Konfigurationsmöglichkeiten, wie oft sich das wiederholen soll oder wie da die Abstände sein sollen und so weiter. Also jeder, der da mit dem Styling zu tun hat, findet da bestimmt was Interessantes. Auch im Rahmen des Stylings, des CSS-Stylings an der Stelle, das CSS-Styling ist möglich über so eine Erweiterung, die man sich installieren muss. Das Ganze läuft dann im Hintergrund so, dass die SLD-Style, die man normalerweise benutzt, letztendlich erzeugt werden oder übersetzt werden aus dem CSS, was man dann mit dieser Erweiterung nutzt. Und da gibt es beispielsweise eine Code-Vervollständigung in der Oberfläche, was man, glaube ich, auf dieser Folie hier sieht, dass man dann, wenn man hier so bestimmte Regeln definiert, direkt schon auch die Vorschläge bekommt, was kann ich überhaupt alles machen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Ich bin jetzt nochmal die Folie zurück. Weiterhin gibt es so Kleinigkeiten, dass man Dinge lesbarer formulieren kann in diesem CSS oder auch diese erweiterten Funktionalitäten von LessCSS. Man hat eine Farbe als Variable deklariert und möchte dann dieselbe Farbe 20% heller oder dunkler haben, dann kann man das mit diesem Darken, Leiten und anderen Funktionen relativ elegant nutzen. Ja, und das hatte ich ja jetzt schon. Genau, weiterhin gibt es auch neue Community-Module, die in Zeiten von Big Data und Cloud und so weiter sehr interessant sind. Zum Beispiel ein Community-Modul beschäftigt sich damit, Geo-Tiffs aus der Amazon S3 Cloud bereitzustellen. Da ich jetzt keinen Zugang zu Amazon S3 Cloud hatte, bisher habe ich das nicht ausprobiert, aber das sieht natürlich auch sehr spannend aus. Ein Status-Monitoring-Modul gibt es, da werden dann auf einer detaillierteren Ebene die Ressourcennutzung und andere Statistiken auch in der Oberfläche bereitgestellt, dann kann man sich das alles anschauen. Und für das Earth-Observation-Protokoll gibt es dann auch eine Open-Search-Implementierung. Ja, und dann im November kam Version 2.12.1. Das sind also immer diese zwei Monate, beziehungsweise an der Stelle stimmt das ja dann nicht, aber mehr oder weniger zwei Monate sind es immer. Es gibt ein Projekt, das nennt sich Geofence. Das ist letztendlich ein Projekt, bei dem es darum geht, den Zugriff auf bestimmte Geodaten einzuschränken für bestimmte Benutzer, dass der eine Benutzer vielleicht nur in einem bestimmten Bereich Daten sehen darf, die ein anderer nicht sehen darf. Und dort gibt es auch ein entsprechendes User-Gruppen-Rollen-Modell und dieses Modell wurde halt übernommen jetzt in den Kern des Geo-Servers. Das ist vermutlich auch ein sehr sinnvoller Schritt gewesen, weil auch dieses Geofence früher oder später möglicherweise irgendwie auch in den Kern des Geo-Servers mit reinwandern wird. Ob das passieren wird, weiß ich natürlich nicht, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und weiterhin gab es mal wieder viele kleinere Bug-Fixes, beispielsweise in der Rest-API das CORS, was da steht, das steht für Cross-Origin-Resource-Sharing. Das bedeutet, angenommen, ich habe so eine HTML-Seite, wo ein JavaScript eingebunden ist, dann ist es erstmal aufgrund dieser Same-Origin-Policy nicht möglich, dass mein JavaScript-Code mit anderen Domains spricht. Das Ganze ist erst möglich, wenn man das quasi auch explizit unterstützt und erlaubt. Dient natürlich der Flexibilität, aber es ist ein Sicherheitspunkt und insofern ist das auf jeden Fall gut zu wissen, dass es auch dort Entwicklungen gibt. Ja, und ansonsten die kleineren Bug-Fixes an der Stelle, da muss man, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Version 2.12.2 kam dann im Januar raus. Da ist es jetzt so, dass beim WPS, also WPS steht für Web Processing Service, auch diese C-Data unterstützt werden in den XMLs. Das war vorher scheinbar nicht möglich. In CSS-Ausdrücken können jetzt auch Einheiten verwendet werden. Und es gibt wieder den ganzen Haufen an Bug-Fixes, beispielsweise beim Importer-Plugin, was auch ein sehr schönes Plug-in ist, was wir auch sehr häufig einsetzen. Kann man jetzt auch Shapefiles mit Leerzeichen in Attributnamen nutzen. Dieses Importer-Plugin, wie fast alles andere auch, verfügt auch über so eine Rest-API. Das heißt, wir haben das ganz konkret genutzt, um dann selber ein bisschen Code zu schreiben, der diese Rest-Stindstellen nutzt, um einfach Shapefiles hochladen zu können und im Geo-Server veröffentlichen zu können. Also Importer-Plugin ist eine sehr schöne Sache, kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn man sich das installiert, hat man auch in der Web-Oberfläche die Möglichkeit, Daten zu importieren aus verschiedensten Datenquellen letztendlich auch. Beim WFS-Filter wurde ein Encoding-Problem gelöst und das Anlegen in einer Layer-Gruppe in der Oberfläche hat sich auch ein bisschen verändert, beziehungsweise wurde ein bisschen erweitert, glaube ich auch. Und in den Community-Modulen hat sich auch viel getan. Wie ich eingangs schon sagte, ist gestern, glaube ich, Version 2.13 rausgekommen. Ich hatte die Folien jetzt letzte Woche das letzte Mal aktualisiert, deswegen ist das hier noch Version 13 als Release-Kandidat. Aber inhaltlich hat sich da nichts geändert. Ich habe das eben noch mal überprüft. Es gibt ein neues Konzept der isolierten Arbeitsbereiche jetzt. Ich habe das so verstanden, dass man hat einen Arbeitsbereich, dem man einen Namen gibt und gleichzeitig hat dieser Arbeitsbereich immer so ein Namespace. Das ist dann so eine URL, sage ich mal. Und im Rahmen dieser isolierten Arbeitsbereiche ist es jetzt erstmals möglich, dass man zwei verschiedene Arbeitsbereiche nutzen kann, A und B, die aber den gleichen Namespace haben. Und das ist scheinbar im Rahmen von Inspire sehr hilfreich. Ich weiß jetzt nicht genau, warum. Das ist aber, wenn man hier unten draufklickt und dann dort wieder auf den Link klickt, kann man sich da sicherlich auch schlau machen. Im Rahmen der GWC, also GeoWebcache, Rest-API werden jetzt auch Blobstores und Gridsets unterstützt. Das heißt, da gibt es zwei neue Endpunkte. Und wer mit Rest irgendwie schon mal was zu tun hatte, der weiß, dass das dann halt immer eine GET-Methode dazu gibt. Das heißt, ich kann mir die Sachen einfach abrufen, so wie wenn ich diese Adresse im Browser letztendlich einfach aufrufe. Ich kann aber genauso über Post-Methoden neue Einträge letztendlich eintragen oder anlegen und mit Put-Methoden das Ganze auch updaten, wenn ich das möglicherweise programmatisch machen will. Also wenn ich jetzt nicht nur einmal irgendwie mir das in der Oberfläche zusammenklicken will, sondern irgendwie 100 Layer anlegen möchte, dann macht es vermutlich mehr Sinn, das über Rest zu machen. In der Oberfläche gibt es jetzt auch eine Autovervollständigung, wenn man beispielsweise so ein Shape-File oder sowas anlegen will. Es gibt so ein Bild, wenn man auf den Link klickt. Das ist ganz nett, wenn man dann irgendwie schon zu so einem Ordner navigiert ist beziehungsweise den Pfad eines Ordners angegeben hat, dann werden einem direkt schon die ganzen Dateien, die in diesem Ordner liegen, auch aufgelistet. Das macht das Leben dann auch einfacher an der Stelle. Und hinsichtlich der WFS 2.0 und WMTS 1.0-Implementierungen ist man jetzt auch noch standardkonformer. Und weiterhin werden auch neue Postgres-Datentypen wie dieser H-Store oder so Jason Cullums unterstützt. Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, die 20 Minuten sind jetzt genau rum. Und ich bin auch durch. Das heißt, jetzt ist noch Zeit für Fragen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Danke. Erstmal. Vollkommen richtig. Jetzt haben wir Zeit für Fragen. Wie sieht es denn aus? Gibt es welche? Oh ja. Hallo, ich wollte fragen, ob Postgres-Raster-Tabellen unterstützt werden oder ob das geplant ist, die zu unterstützen. Das ist eine gute Frage. Ich habe überwiegend mit Vektordaten zu tun. Deswegen weiß ich das gerade leider nicht. Aber vielleicht weiß das irgendwer anders hier. Ich weiß es nicht gerade. Tut mir leid. Aber ich kann das gleich gerne mal nachschauen, gezielt. Ja, zu der Frage. Ich glaube, es gibt eine Image-JDBC-Erweiterung, die auch Postgres-Raster konfigurieren lässt. Ja, das hört sich doch gut an. Das wäre dann im Rahmen so eine Erweiterung, die man noch zusätzlich installieren muss. Das heißt, da reicht es ja nicht, den Geo-Server nur zu installieren, sondern müsste sich zusätzlich noch, indem man eine Datei an die richtige Stelle kopiert und den Server einmal neu startet, diese Erweiterung installieren und dann ist das möglicherweise machbar. diese Erweiterung zu installieren. Ach so, okay. Ist in naher Zukunft vorgesehen, mal einen offiziellen Docker-Container zur Verfügung zu stellen vom Geo-Server? Die Frage kam, also ich habe heute Morgen schon einen Workshop auch zum Geo-Server gehabt, da kam die Frage auch auf, dass jemand mit Docker den Geo-Server nutzen wollte und dann hat er da irgendwie gesucht und direkt 20 Images gefunden, aber kein offizielles. Und mir ging das im Grunde ähnlich, als ich mich mit Docker da mal auseinandergesetzt habe und ich habe da auch nichts Offizielles gefunden. Ich weiß also, dass es im Moment offenbar keins gibt. Inwiefern es da mal was Offizielles gibt, weiß ich aber leider gerade auch nicht. Ich habe dann einfach mein eigenes Bild letztendlich gebaut mit dem Geo-Server so, wie er mir gefallen hat. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, da werde ich auch nochmal der Sache auf den Grund gehen, weil es gibt das ja bei anderen Projekten, gibt es ja diese offiziellen Images und der Geo-Server ist auch ein großes Projekt, da wäre es natürlich auch sinnvoll, dass es dann ein offizielles Docker-Image dafür gibt. Also es gibt so eins, das hauptsächlich genutzt wird, das nutze ich auch, das klappt auch gut, kann man auch super leicht Plugins rein installieren, aber genau, dass man weiß, man hat die verschiedenen Versionen, kann die neuesten immer nutzen. Also ich habe ganz konkret bei dem, was ich mir dann gebastelt habe, das Docker-File, habe ich mir halt auch so eine Variable dann mit der Version direkt reingepastelt. Ja, das geht ja auch, genau. Aber offiziell gibt es noch eins, ja. Okay, wäre cool. Auf jeden Fall. Weil du vorhin die Geo-Fence-Integration auf der einen Folie hattest, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, wenn ich das richtig sehe, einmal das normale Plugin für den Geo-Server und dann das andere als Plugin plus noch ein zusätzliches Surflat, was ich dann im Tomcat fahre, wo ich nochmal deutlich feingranulare einstellen könnte bis zu den einzelnen Feldern runter, was ich an Berechtigungen vergeben möchte. Weißt du, ob das auch mittelfristig umgesetzt wird, in Geo-Server zu integrieren? Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe, dass es so ist, weil das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Feature ist und auch immer wieder von Kunden natürlich gewünscht ist, dass man da auf einer ganz feinen, granularen Ebene diese Berechtigung steuern kann, wer was sehen darf, bis hin zur Attributebene. Inwiefern das da gerade wirklich aktiv weiterentwickelt wird oder integriert wird, weiß ich jetzt nicht. Da kann ich aber nur auch den Tipp geben, dass man auf den Mailinglisten nochmal nachschaut, wenn man sich da einschreibt, da ist auch immer wieder was los oder dass man die Frage einfach mal stellt, weil man da auch in der Regel sehr schnell eine Antwort bekommt. Gut, wunderbar. Vielen Dank für die Fragen und vielen Dank nochmal für den Vortrag. Applaus Applaus